Sie sind weiblich, um die 40, und sie sehen noch gut aus. Sie wohnen ganz allein in ihrem abgezahlten Haus. Sie sind sportlich und belesen und sind vielfach interessiert. Sie verstehen was vom Haushalt, sind im Kochen sehr versiert. Und sie waren auch im Ausland, auf der Universität. Sie sind das, was man so gerne unter gut bestückt versteht. Sie sind anspiegsam und freundlich und verwöhnen andere gern. Und ein zickiges Gehabe, das liegt ihnen denkbar fern. Meine Damen, in dem Falle fassen sie sich Mut, Mut, Mut. Denn mit dir an ihrer Seite meint das Schicksal wirklich gut, gut, gut. Meine Damen, Glückwunsch zu der guten Wahl, Wahl, Wahl. Denn ein Mann mit so viel Arsch, wo finden sie erst mal? Sie sind selbstbewusst und ehrlich, sie sind offen und charmant. Jedem Wunsche eines Mannes gegenüber tolerant. Und sie ordnen sich gern unter und sie ordnen gern das Heim. Selbst den trübesten Gedanken, den ersticken sie im Keim. Und meine Damen, in dem Falle fassen sie sich Mut, Mut, Mut. Denn mit mir an ihrer Seite meint das Schicksal wirklich gut, gut, gut. Meine Damen, Glückwunsch zu der guten Wahl, Wahl, Wahl. Denn am Mann mit so viel Arsch, wo finden sie erst mal? Denn am Mann mit so viel Arsch. Sie haben sexuell erfahren, aber sind nicht virulent. Und sie spielen seit frühester Kindheit mindestens ein Instrument. Sie sind kinderlos geschieden und ihr Ex, der zahlt für sie. Doch er führt sein eigenes Leben in der Nähe von Vichy. Schissi, meine Damen, ehe ich es noch vergesst, ges, ges. Eine allerletzte Bitte sozusagen als PS. Schienen Sie mir die Bewerbung bitte unbedingt mit Bild. Zum Kauf der Katze mit Sackle bin ich leider nicht gewillt. Meine Damen, in dem Falle Glückwunsch zu der guten Wahl, Wahl, Wahl. Denn ein Mann mit so viel Anspruch, ein Mann mit so viel Anspruch, ja, ein Mann mit so viel Anspruch finden sie erst mal. Das ist Sind Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020